Ebenso ein Beifall für unsere Gäste aus Sonnthofen, die haben sich heute niemals hängen lassen, haben einen Rückstand aufgeholt und haben gekämpft bis zum Umfallen. Bitte Applaus für die Gäste. Wir haben hier die beiden Trainer, Jogi Koch und Sergej Wassmüller. Nochmal, letzter Applaus. Jogi, 1 zu 4, 4 zu 4, 4 zu 7 letztendlich. Ich kann mir vorstellen, das Spiel hat einige Nerven gekostet für Sie. Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Wie immer, schön treu und brav, komme ich nach Bayreuth, gebe die Punkte ab, das war mit Memmingen so. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, das wird jetzt ein bisschen besser. Aber ich muss mal erstmal sagen, Gratulation an Bayreuth, ganz verdienter Sieg. Danke. Ich denke, wir hatten Angst vor der eigenen Courage. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Druck gemacht, das kann schon sein in der Kabine. Sie waren auf jeden Fall so nervös, dass wir auf zwei Meter keinen Pass spielen konnten. Also wir haben die einfachsten Sachen verkehrt gemacht. Und dann muss man sagen, wenn man dann nach dem ersten Drittel schaut, dann hat das Ergebnis schon brutal geschmeichelt. Ich glaube, wir waren dreimal vor dem Tor in Bayreuth und dann haben wir drei Tore geschossen. Die Auszug heute ist sehr gut, aber dann stehst du auch als Trainer da und denkst, wow, jetzt kann ich eigentlich gar nicht so schimpfen, trotz dass das Ganze eigentlich wirklich nicht gut war. Ja, aber nochmal, ich denke, wir sind dann halbwegs zurückgekommen. Unser großes Problem ist sicherlich, wir haben eine sehr, sehr junge Verteidigung und da passen einfach die Zuordnung. Wir haben vorne, können wir mit jedem Gegner mitspielen, da bin ich mir ganz sicher. Hinten haben wir unsere Probleme und wenn dann die taktische Disziplin nicht stimmt, dann passiert sowas wie heute mit Bayreuth. Vom Sergei die Mannschaften, das war immer so, ich habe jetzt schon tausendmal gegen ihn gespielt, die sind meistens körperlich topfit, läuferisch, brutal, stark, schnell, aggressiv. Das ist genau so, wie ich befürchtet habe, wie Bayreuth heute ist, so sind sie heute gekommen. Und das ist ein riesen Kompliment, aber ich habe einfach gedacht, wir können da ein bisschen besser dagegenhalten und wir haben lange gebraucht, bis wir eigentlich diesen Respekt abgelegt haben. Dann kommt man phasenweise sehr gut mitspielen, dann kamen viele Strafzeiten und, und, und. Aber das ist immer so, wenn wir die Kräfte nachlassen, dann lässt die Konzentration nach und dann mache ich ab und zu mal ein paar dumme Fouls, die nicht unbedingt nötig sind. Aber wie gesagt, wir arbeiten an unseren Schwächen und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich das hinkriege. Wie gesagt, wir haben eine junge Mannschaft mit viel Talent und unser Gegner ist sicherlich nicht bei Bayreuth. Unsere Gegner sind ein paar andere und das war heute eine gute Lehrstunde. Aber was ich sagen muss, wo ich wirklich stolz drauf bin, die haben sich wirklich nicht hängen lassen. Da sind sie wahrscheinlich so wie ich, da fightet man bis zum Schluss. Und so kann man mit erhobenem Haupt heimfahren, auch wenn die Jungs jetzt enttäuscht sind. Aber gut, da kann man drauf aufbauen. Danke. Das macht sie sympathisch, dass sie kommen und die Punkte da lassen. Also wir freuen uns sehr gut. Ich sage Glückwunsch zum Sieg. Dennoch muss man sagen, wir haben uns das Leben heute ein bisschen selbst schwer gemacht. Würdest du mir da recht geben? Hallo, guten Abend. Ja, das war heute verrückter Spiel. Also das Spiel für mich, das war so ein Spiel auf eine Tour. Wir haben wirklich viel, viel gearbeitet, viele Tore gemacht. Sehr gut ausgespielte Tore. Wir haben Gegner von Anfang an unter Druck gesetzt. Wir haben zu Recht in Führung gegangen. Und diese 4-1-Führung war absolut in Ordnung. Und dann plötzlich passiert das, was passiert. Dann passieren wir komische Tore von Nix. Und dann wird es schon 4-4 stehen. Obwohl, spielerisch zu sehen, wir waren absolut dominant. Wir haben heute sehr gut gespielt. Ich kann keinen einzigen Eindruck geben und sagen, du hast heute nicht alles gegeben. Nein, die Jungs haben die ordentlich, absolut ordentlich gespielt. Und vielleicht, so wie auch ein bisschen arrogant klingt, aber du hast noch nie das Gefühl von außen gehabt, dass das Gegner, der heute unbedingt Spiel kippen möchten müssen. Deshalb hast du Jungs wirklich alles in den Griff gehabt. Obwohl, wir haben gewusst, dass Sonnenhofen eine gute Mannschaft. Die hatte sehr gute Qualität in der Offensive. Das haben wir auch gewusst. Aber wir wollten auch das Spiel entfernt halten. Also die aggressive Vorzüchung zu spielen. Weil dieses 2-1-2-Systeme hat sehr gut funktioniert. Und darauf müssen wir so aufbauen. Hat er noch, weil mir so sehr gut gefallen wollte, diese unsere Rote-Reihe mit Erko Pailo, Koloshwari und Bartosz. Sehr gute Pässe, sehr gute Aktionen haben wir gesehen. Und auch darauf müssen wir aufbauen. Also wie gesagt, heute war so absolut verdiente Spiel. Und ich bedanke bei den Jungs, weil die haben wirklich am Freitag sehr, sehr schwer gespielt gehabt. Vor 4-1 zurückgekämpft und dann nochmal gewonnen haben. Lange Reise nach Hause. Wir haben noch kurz Auslauftraining gestern gemacht. Aber heute, die war wirklich gut drauf. Darauf müssen wir wieder aufbauen. Die ist am Rennen relativ früh den Torwart gewechselt. Und dann ist Jennifer Haas gekommen. In Finn hat ein tolles Spiel gemacht. Einen Nationaltorhüter, den haben wir heute gesehen. Jo, also deswegen haben wir zwei Torhüter. Ja, aber Frau ist egal. Ja, es ist einfach so. Ich denke, da musste A, war Corbine jetzt nicht ganz glücklich. B, du musst ein Zeichen setzen. Und auf die Jenny kannst du dich immer verlassen. Ja, also Jenny war auch mit Memmingen hier schon mal. Da hat sie das auch sehr gut gemacht. Ja, also die Jenny, also in der Regel kannst du dich auf die verlassen. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich zwei so die Torhüter habe. Gibt es Fragen aus dem Publikum von der Presse? Ich bin geeignet. Serge, ich habe heute in der ersten Drittelpause unseren Ersatzdorhüter in einer Art und Weise warm machen sehen, das im ISUG extrem außergewöhnlich ist. Es sah so aus, als hättest du ihn zum warm machen geschickt. Was war der Hintergrund? So, Grund war ganz einfach. Die Spieler, die wenig Eiszeit haben, das trifft dich nicht nur Torwart, sondern auch die Spieler, die auf die Bank sind, die jüngeren Spieler, die müssen sich immer bereit sein, seine Position oder seine Eiszeit, wenn sie bekommen, bereit sein, auf Eis zu gehen, warm genug sein, nicht zur Verletzung gefasst haben und sofort ins Spiel reinzukommen. Und von daher, wie jeder von uns macht, Jüngere, die wissen das auch, die machen das warm und wir haben nie gedacht, dass wir einen Torwart wechseln müssen, weil ich habe nie gesehen, dass es die Tore war, Torwart schuld war in diesen Tore. Also die alle Tore, was wir kassiert, entweder schießen wir selber rein oder lassen wir abprallen von Luft oder was ist der Teufel? Ist das? Auf jeden Fall, Julian gehört überhaupt nichts dafür und hat in so einem schwierigen Spiel, wo er wirklich, du stehst du kalt, wenn laut Statistik, glaube ich, 46 zu 14, ist eine teutliche Sprache, schon von Statistik, das ist Torschulstatistik, das heißt, dass der Torwart steht die ganze Zeit kalt, plötzlich die Kontraschanz, wo er hinein ist und dann muss er das parieren, muss er bereit sein und für den Torwart ist es keine leichte Aufgabe. Auf jeden Fall, wie gesagt, es war nichts außergewöhnlich, haben wir ganz weiter gearbeitet und die Spieler haben die ganze mal aufgehört. Trotzdem, Sergei, du hast gesagt, also was mich auch von unserer Mannschaft beeindruckt ist, dass sie motiviert ist bis zur letzten Minute und auch ein Spiel drehen kann wie im Klostersee, aber ich weiß, dass du sehr viel Wert auf die Defensive legst. Acht Tore jetzt am Wochenende, da bist du wahrscheinlich nicht so viel. Also, ich weiß es nicht, also was, was, wo kommt die ganz, also defensiver, offensiver, ist Eishockey ganz einfach. Fünfmal vorne, fünfmal hinten. Also wir brauchen jetzt nicht nur die Taktik erzählen, wir können verschiedene Modelle hier erzählen, hier und da wird gespielt. Wichtig ist, dass wir auch, dass es die spielerisch, auch in Überzahl seine Tore machen, Aufgabe erledigen, weil die Leute, wenn wir in Überzahl spielen, dass wir Vertrauen dieser auch Leute. Punkt Nummer eins, zweiter, in Offensiv, klar, wir wollten, dass es auch durch unsere Spielweise und unsere Fleiß und die Arbeit beim Training auch belohnt irgendwann werden, dass wir nicht nur drei, vier Tore schießen, vielleicht fünf, sechs, nicht heute, sieben und es hat irgendwann der Knoten geplatzt, aber der Meisterschaft, wenn du willst, du da vorne mitzuspielen, musst du ein sehr gutes defensives Modell haben und der Meisterschaft gewinnt, meistens die Mannschaft und die Defensiv sehr gut spielen. In Offensiv kannst du ein, zwei Spiele gewinnen, aber der gesamte Paket, das muss beide funktionieren, in Offensiv auch, sowie auch in Defensiv. Das ist auch ein Ausrufezeichen. Jetzt habe ich noch eine Frage an Jogi Koch. Jogi, Sie sind unter der Woche als Trainer geworden, Dave Rich, abgelöst. Wo wollen Sie Sonthofen hinführen? Oder Interimstrainer, genau. Wo wollen Sie Sonthofen hinführen oder helfen Sie vielleicht bei der sogenannten langfristigen Trainer? Ich bin sportlicher Leiter und natürlich suche man sich nach, er hat es ja gesagt, ich bin Interimstrainer und jetzt suche ich natürlich nach jemanden, der mich absägt. Gibt es ja niemanden. Ich arbeite mit der Mannschaft so gut ich kann und ich denke, den Job mache ich schon lange genug und ich weiß auch, was ich tue und ich weiß auch, wo ich ansetzen muss und das mache ich, bis jemand da ist, der das Ganze übernimmt. Also ich bin mittlerweile 55 Jahre alt, ich muss mir gar nichts mehr beweisen. Ich mache das und wenn die Forschlandschaft vielleicht sagt, Sie haben einen anderen oder einen besseren, dann soll der das machen, dann geht das in Ordnung. Ich arbeite gern mit den Jungs und die meisten von der Mannschaft haben jetzt jahrelang trainiert und solange ich helfen kann, mache ich das und wenn der andere da ist, dann gebe ich das auch gern wieder auf. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Erfolg bei der Suche und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und sage Ihnen viel Glück nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder am Freitag gegen Schönheide. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.